Zeit, eine Rohrbombe zu bauen. Sehr unauffällig und so. Holy shit. Fuckin' cool. Oh, wir sind toast. Hier kommt das ganze Arcadia Bay-Fahr- und-Police-Department. Äh, so was sollen wir tun? Ähm, abhauen wäre eine Option. Wenn wir in die Tür schon mal offen ist. Können wir nicht den... Können wir echt nichts machen? Gar nix. Damn, I missed something. I better rewind. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Gut. Okay. Ich bin auf der anderen Seite der Tür. So geht's natürlich auch. Nur, dass ich hier drin absolut gar nix angucken kann. Okay. Genau. Was ist das? Ja. Du bist magisch! Ich habe keine Ahnung, wie du in da warst, aber du hast es, Frau. Die Firma, ich behalte. Jetzt, holen wir was, und es schlafen. Meine Macht nur so weit. Man, ich kann sehen, warum der Prinz. hat diesen Raum ab. Fancy Thor-Krap. Er muss jeder wissen, dass er Geld hat, aber keine Zache. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so schlau da, wenn ich das... Ach, Chloe. So, jetzt darf ich mich auch mal wieder bewegen. Ich möchte den Vogel fotografieren. So, Nathan Prescott's dad is a bully, too. Shocker. Raymond Wells, from Sean Prescott, Principal Wells, in light of the recent outrageous allegations against my son and his suspension, I feel that my large contribution to Blackwell Academy should also be suspended. Of course, this situation can be rectified once Nathan is reinstated at Blackwell with a written apology. Along with that, I understand that the tragic event involving Miss Marsh gives you pause. But I would suggest that cancelling Thursday's party is not conductive to the can-do's build of Blackwell Academy. I expect you to reconsider and come to the same obvious conclusion. Thank you, Sean Prescott. Also, im Grunde sagt der Herr Prescott dem Principal, aufgrund der Okay. 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 пользователи,ernネュer다고 wird. Good. Ella and my geologin Herr Neugerich. The dormitory roof today. At this time, there is an ongoing police faculty investigation, but max heroism is indisputed. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Okay. Victoria Chase Goldstander, Black Valchemic, blah, blah, blah. Consistently high GPA, blah, blah, blah. Extra activities, blah, blah, blah. High marks, blah, blah, blah. Okay. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Warren is considered an exemplary student and represents a long tradition of excellence in science at Black Val. He has a gift, of course, of gap depending on the faculty. Some have accused him of playing science brains, but this is not confirmed by a science teacher, Ms. Grant. We hope Warren focuses his academic vision and continues towards his bright future. Only two more files to go. Okay. Like I'm not gonna read my own. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Look at this pile. Yeah, of course not. Looks like an oil painting spill. Awful. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. So, Kate Nash represents the very best of the students at Black Val Academy. Her GPA is consistently outstanding along with her optimistic attitude and quiet world ethic. Her extracurricular activities with the Meerts and Weerts program has been acknowledged on Kibei 7 News. And her diverse religious study groups has been a welcome addition to the wide range of student-led spiritual programs at Black Val. She also has one of the best attendance records in the school history. So, das ist offenbar eine E-Mail, die Kate an den Schulleiter geschickt hat. As the school nurse, I should inform you that Kate... Ah, nee, 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 die Krankenschwester hat das an ihnen. Das ist ein bisschen verwirrend, okay. As the school nurse, I should inform you that Kate Marsh appears to have experienced some recent emotional physical trauma. I spoke to her briefly and she was upset but vague and refused to talk further with me. I think it's important that we keep our eyes on her and make sure she is not a nerd from other classmates as it is my suspicions. Also, der... Schulleiter wusste bescheid, dass es Kate scheiße geht, okay. Update, at present time there is a security investigation into a controversial video Allegiatively featuring Kate Marsh as a Vortex Club party that has been uploaded onto the internet without her knowledge or a leaked concert along with her claim of being taken to the hospital during the party. See the attached files for complete details. Okay. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Wowzer. This will so not come in handy. I drink too if I was the principal of Blackwell. And nothing here. Rachel doesn't seem so troubled based on all this, but there's not much here about the police investigation. Okay. Rachel Ember is the quintessential student representation of Blackwell Academy. She excels in all of her studies and extracurricular activities, which are numerous, popular with both students and faculty. She has the de facto qualities of scholarship and leadership that is a hallmark of Blackwell's legacy. Her diverse goals include a career and international law and fashion modeling. There is no doubt that Rachel will achieve all of her dreams with Blackwell as the forefront. So. This is another email. This is another email. This is Chris Ross. Rossi? I think Rossi. Yeah. Just wanted to let you know that Rachel Ember's investigation has officially been closed on our end. We always hope for that one magic clue, but once again Arcadia Bay covers up another secret. We always keep our eyes and ears open, but that's all we can do from now. Thanks for all your help. Okay. Update. Unfortunately, Rachel Ember has stopped attending class for the past month and she's left no contact with students or faculty for the past month. Her parents are at the present unaware of her whereabouts and Blackwell hopes for a quick return to Canadian academic excellence. Oh, Chloe. Bad, Chloe. So so sah Chloe also mit ungefärbtem Haaren aus, okay. The GPA 1.7. Brief summary. Chloe Price is a problematic student at Blackwell despite the best efforts of the faculty and administration to guide her academically. Chloe does little homework and is often willfully belligerent to her teachers. She has caused numerous class disruptions and inappropriate consequences to fellow students. She was recently suspended to a spray painting graffiti in the parking lot even though Chloe is an intelligent student with potential she chooses to squander into an empty rebellion against a non-mandatory institution. Update. Chloe Price is no longer a student at Blackwell. She attached police reports. Okay. Okay. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. I should go join Chloe now. Ich will aber echt dem Vogel fotografieren. Lass mich diesen Vogel fotografieren. Lass mich diesen Vogel fotografieren. You're not so tacky hip close. Es ist doch echt... Ja, ich muss den richtigen Winkel finden. Okay. Aber wie? Chloe sitzt im Weg. Toll okay. There's got to be a super secret file. Oh, keine Ahnung. Also, das ist echt blöd mit dem Fotos. So. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Arschlösen. Wenn David mit Nathan Prescott zusammensteht, das ist ein schlechtes Zeichen. Nathan Prescott III. Er ist so viel Geld. Und du weißt, dass Prescotts eine große Bank um zu holen Nathan zu holen. Schau, es sieht wie ein Rapp-Scheit. Schade, Lehrer-Kommissionen, Aber ich wurde verabschiedet. At least Nathan wurde endlich verabschiedet. Check out that note. Open es. Das ist nur ein verrücktes Zeichen. Das ist nicht ein verrücktes Zeichen. Es ist nicht ein verrücktes Zeichen. Schau, Rachel in die Schmerzen. Rachel in die Schmerzen. Over und over. Das ist es. Das ist verabschied. Was ist das denn? Nathan ist wirklich psychotisch. Ich weiß, er hat etwas zu tun mit Rachel missing. Woah. Listen zu das. David M. immer fragt was in meinem Kopf. David M. immer hilft, die er folgen. Das ist ziemlich kriptisch. Es scheint, wie sie eine gewisse Team formiert haben. Super Hebros. Jesus. David war stalking Kate. Hassling mich. Und jetzt wissen wir, er war all over Rachel, auch. Oh, wir sind wirklich so in seine Garage-Files. Plus, ich bin ein bisschen paranoid. Wir haben unsere Info. Wir müssen uns. Aber vielleicht sollten wir nicht ohne ein Gift. Oh. 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 Oh, Chloe. Oh. Oh, ich weiß nicht. Wenn wir das Geld mitnehmen, wir pushen die bestimmt die Überwachungskameras. Immer gut aus. Oh. Oh. So good. Oh, okay. So good. Okay. Darf ich mich auch mal in den Stuhl setzen? Nein. Ich kann ihn nicht fotografieren. Ich weiß, ich weiß, wir hatten es oft genug. Dann ist es offenbar ein anderer Vogel, den wir fotografieren müssen. So, da ist das gerade das, was sie uns gezeigt hat. Äh, extra, ich bin gerade okay. 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 Ne, dann wurde er aus dem Unterricht geschmissen, weil er sich halt im Unterricht schlecht verhalten hatte. Und zwar im Literaturunterricht, okay. Dann hat natürlich der Vater wieder ein Schreiben an den Schulleiter geschickt. Und daraufhin wurde dann der Eintrag aus der Schulakte rausgelassen. Das komische Zeichnung, okay? Nein, ich will... Nein! Ich habe schon wieder aus Versehen Steuerung gedrückt. Oh Gott. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Geht nicht immer irgendwie hier rein. Super. Gut. Ich mache das gerade nochmal fix. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir lassen das Geld trotzdem da. Okay. So. Kann den Vogel trotzdem mich fotografieren. Gut. Dann... Gehen wir mal. Oh. Ehh... Äh. Wuhh. Wuhh. Splash, did you actually just say Hela? I think I'm a good, bad influence on you.